so freunde guten morgen so wir werden uns heute jetzt ist es sieben in der fru sieben am morgens haben wir gerade eine rasur gegeben da in der anlage das ist der tolle see da im wildon wunderbar ausgezeichnet war gestern schon schwimmen und jetzt gehe ich in der fru die nacht war sehr frisch muss man wirklich sagen man sieht da auch schaut fast so aus als wenn es nicht nur da wäre sondern sogar reif ja wir werden alle verglühen so na gut lassen wir das wunderbar heute wieder der himmel in ordnung naja der ist immer sicher drüber gezogen worden aber nicht mehr so extrem und ja freunde was geschichte heute was ist heute gedacht der weg ist das ziel wie immer aber heute haben wir wieder ein schnappsturnier ein schnappsturnier oh guten morgen Vogelle jetzt werden wir uns da rein begeben schauen wir mal schauen wir mal schauen wir mal schauen wir mal pack die badehose ein jetzt mit einer hand wird das alles ein bisschen blöd sein jetzt aber das ist ja wurscht pack die badehose ein mit den kleinen schwesterlein und dann gehen wir in das wasser pack die badehose ein mit den kleinen schwesterlein so ich werde jetzt den trotzdem reinen lassen mal schauen vielleicht ist es so um wenn der hätte es auch wurscht wie man bei einem seeren regiert man die aber ich bin sagen dass ist die badehose bei und du hast ja A-A-A-A-Bretel-Toch, ja, ist bestellnachig. Und jetzt ist es einig, ey. Lalalalalala, was da drin ist, ich bin. So heißt du.